Peng, servus und hallo, schön, dass ihr wieder reinschaltet. Ich hoffe, es geht euch gut. Wir sind zurück in Transit World 3 und drehen mal wieder eine Biege auf der guten alten Strecke Main-Spessart-Bahn. Habe ich Bock drauf und wir fahren nach Fahrplan mit der Baureihe 143, schon vorselektiert. Sehr gut, wir fahren Aschaffenburg-Heigenbrücken um 11.09 Uhr über 20 Minuten. Wie immer gilt PZB, Siefer und Kose, meine Freunde oder eben auch nicht. Wir werden es sehen. Ich wünsche euch viel Spaß mit diesem kleinen Video und sage, auf geht's. So, 247,5 Tonnen bei 4 Zugeinheiten bei 95,3 Meter Länge. Richtungswender gesteckt und auf vorwärts geschalten. Dann können wir die Türen links entriegeln oder bin ich links richtig? Ja, links ist richtig. Und guck mal, die gute Lokomotive, die passt hier gar nicht hier mit rein richtig. Soll das so sein, soll wohl so sein. Dann machen wir mal Signallichter. Einzelne geschalten, ganz interessant. Kannst du vorne eine Disco machen, aber so soll das glaube ich und so passt es auch. Und wir fahren RB58 nach Heigenbrücken, das sollte auch passen. Ich glaube, das Wichtigste haben wir tatsächlich schon. Wir können den noch lösen. Die ziehen wir noch ein bisschen an. Die ist lose. Dann machen wir die Siefer an. Wir machen die PZB an. Siefer-Pedal. Funst. Ja, ich glaube, wir sind soweit vollständig unterwegs und können dann gleich die Türen schließen. Positionieren uns mal in der Abfahrtssequenz außerhalb des Zuges. Um schön zu gucken, wie wir hier rausrollen. Und dann geht's los, Freunde. Also, ich freue mich. Bisher alles halbwegs im Griff. Ist ja immer so eine Sache, gellellellell. Ihr wisst es. Links verriegeln. Zip. Und dann schieben wir unser aller Wertus denn mal hier drüben hin. türen zu jetzt muss ich gerne bremse lösen so fahrstufe geschwindigkeitswähler so heißt das ding sie fahr den schon mal drücken und wir sind auf kurs freunde also auf geht's wie schnell dürfen wir ein bisschen schneller geht noch auf 40 km h und dann erwarten wir in kürze die 110 6 km bis höchst bach im ersten moment unterwegs wunderbar und der start lief ja auch schon mal sind wir hier hinten schon mal lang gefahren nicht bestimmt gell aber vielleicht andersrum kommend wie ich so weiß ich habe viel zu wenig zeit mittlerweile durchaus schon einige dlcs aber trotzdem schaffe ich es viel zu seltene runde zu drehen fahr viel zu wenig schade eigentlich drum naja wenn nicht mehr ist es nicht mehr ich freue mich über jede fahrt auch gemeinsam mit euch die hier auf youtube denn einstellen kann so 120 mehr ist sowieso nicht drin mit der guten lokomotive von daher passt es war schon auf kurs ja freunde und dieses video wird noch kurz vor erscheinen des dlcs linker einstrecke mainz-koblenz erscheinen habe ich mal richtig bock drauf tönt mich viel mehr als brem oldenburg muss ich tatsächlich sagen ich weiß nicht warum ich glaube einfach ich kann mich zwar wieder mal viel zu wenig aus aber ich glaube einfach der gesamte streckenverlauf ist viel ansprechen dafür nostalgischer viel idyllischer entlang dem rhein mainz-koblenz finde ich es auch eine schöne ecke für deutschland wo ich jetzt brem oldenburg nichts absprechen will aber einfach irgendwie identifiziere ich mich damit mehr kann damit mehr anfangen und freue mich entsprechend viel stärker drauf und ich freue mich natürlich auch auf eine 103 also sehr cool habe ich auch immer bock die baureihe 103 hier in trains im world 3 zu fahren freue mich auch über den bestimmt einige interessante pens zu der roten lackgebung ja die sicherlich dann auch bald im nachgang erscheinen wird und das wird schon eine feine sache circa was ist es irgendwas um die 90 kilometer streckenlänge geld was für mich auch voll und ganz und on top gibt es in diesem dlc dann auch die baureihe 110 plus den karlsruher kopf und ja da muss ich auch sagen irgendwie preispolitik ist ja immer so eine sache bei dovetail und den ganzen dlcs und trains im world in summe ich weiß schon kritisch kritisch und diesmal auch weil ich muss sagen entweder hätte ich mir halt bremen oldenburg kaufen können und hätte dafür halt die strecke bekommen plus die baureihe 110 den karlsruher kopf und on top 155 mit einer separaten lackgebung wo ich sage mindestens 50 prozent der trains im world 3 spieler hatten die 155 garantiert schon von vorn hinein und ja das ist dann halt ein dlc für 35 euro okay wenn du das jetzt aber vergleichst mit dem dlc was jetzt kommt rein strecke mainz koblenz mit der 103 und dann aber auch der 110 im petto plus den karlsruher kopf finde ich dass das dlc was jetzt kommt rein strecke mainz koblenz mit 103 und 110 und karlsruher kopf viel höherwertiger oh wachsam wir müssen runter gell das wird nichts doch wird was mit voller verbremsung naja vorsicht ist die mutter der porzellan kiste und jacko ist nervös ich muss den jetzt mal komplett rausnehmen so jetzt ist er wieder drin und in 1,3 kilometer halten wir dann an befreiung hier ist befreiung wir bleiben jetzt einfach bei der geschwindigkeit schon so jetzt habe ich den fahrern natürlich verloren was ich sagen wollte lange rede gar keinen sinn das jetzige dlc mit der 103 und der 10 dem karlsruher kopf auf der strecke mainz koblenz finde ich auf jeden fall habe ich bestätigt oder wesentlich attraktiver vom preismodell her okay jetzt müssen wir mal gucken wie wir hier runter bremsen haltepunkt und so habe ich wieder kein gefühl wie schnell dürfen waren 40 wir sind zu schnell was ein mist schade und cool da hat er ordentlich geruckelt fahrgastkomfort war nicht gegeben aber wir sind noch in der spur auf dem gleis ist ja schon mal auf viel wert aber ich mag keine patzer simulation ist simulation geld aber wenn wir so viel rum schnacken dann schnacken wir halt so viel rum ist die andere geschichte kurzer bahnhof so wie es ausschaut da müssen wir uns rein drücken so befreien möglich der papa drückt gleich immer wachsam und befreien aber gut in der aufregung okay gute brems performance alles klar das läuft wunderbar und wir kommen eigentlich tipptopp nach fahrplan an ein bisschen über punkt wo man muss sich wieder festhalten hinten wir stehen rechts entriegeln einsteigen bitte geht besser ich weiß schon geht aber auch schlechter oh guck mal der bus steht auch schon da alles klar der öffentliche nahverkehr ist getimt auf unsere ankunft würde ich auch glatt hier mit der runde drehen schön dieses modell habe ich definitiv noch nie gesehen in transit world also türen schließen rechts verriegeln und dann geht es weiter so anscheinend muss ich die bremse tatsächlich erst komplett zurücksetzen auf null und dann kriege ich mehr oder weniger die freigabe damit der geschwindigkeitswahlheber der geschwindigkeitswähler greift gell ist das so richtig was ich gerade sage ich glaube er sei es wie es sei wir kommen los wir dürfen auf 40 km h und dann in kürze erwarten wir wieder für uns maximal mögliche geschwindigkeit 120 km das war wieder drauf auf dem hauptpfad haben wir schon etwas zugbegegnungen gesehen gehabt nix ne gar nix so dann schieben wir die schon mal hoch auf genau 120 km h sie verpasst nächster halt lauffach in 3,3 km so jetzt haben wir kurz mal gesprochen über das nächste dlc rheinstrecke mainz-koblenz sehr nice ich freue mich drauf dann ist ja noch irgendwie in der pipeline die nidertal bahn nidertal nidertal bahn mit der baureihe 628 ich hätte gedacht ich habe da schon so einige infos um mich ein stück zu belesen aber just in dem moment fällt es mir natürlich nicht ein wo zugbegendung check grüß gott der kollege 1 2 3 4 5 teiliger dosto mit der loko hinten dran weiß gar nicht 628 an der auf der nidertal bahn wann das denn kommen soll wie spruchreif das ganze ist finde ich auf jeden fall auch interessant wobei das mich jetzt nicht so mördermäßig turnt aber ich glaube einige von euch die sind ja auch so nebenbahn affin und ich glaube die nidertal bahn ist mehr oder weniger eine klassische nebenbahn auch was mit viel charme nostalgisches angehaucht ist das wird sicherlich bei den ein oder anderen von euch ganz klar anklang finden was ist denn hier los okay wir haben steigung 0,7 prozent und trotzdem kommen wir nicht aus dem knick könnte schon besser sein muss ich sagen sollten wir ja wir kriegen den wahl lieber brems ist raus oder ja klar komisch mit so leistungstechnisch ist das ding nicht so performant aber nun gut 1,6 km also wir sowieso schon wieder ein lauffach denn es ist halt so fahrplan mäßig sind wir auf groß anderthalb minuten bis zur ankunft ja ja sie verläuft es geht voran ja und sonst bin ich nicht auf groß und habe keine ahnung die anderen wissen immer alle mehr auf youtube und überall und irgendwo als ich aber rein strecke mainz koblenz nidertal bahn dann hört bei mir auf mehr habe ich nicht auf dem schirm sowie bremsen mal runter probieren wir mal ein bisschen entspannter zu machen als eben kommt hier wieder ein abzweig nene doch ane gibt es nicht wir fangen gerade aus schon wieder fast ein bisschen verbremt freunde man ich mag das gar nicht aber muss sich daran gewöhnen wenn du selten fährst und dann auf verschiedene garnituren bei mir ist es auf jeden fall so dass genau das eintritt was jetzt eintritt wir kriechen an den bahnhof ran so ein mistake das tönt mich immer gar nicht ihr wisst es ihr sagt jedes mal den haltepunkt überfahren ist natürlich ein absolutes no go eine katastrophe nur so hier reinschleichen macht die ganze geschichte nicht viel besser da sprengen wir auch so gefühlt den fahrplan ein bisschen weg geht jetzt noch 10 sekunden haben wir noch ist schon ok aber es geht halt besser ja und auf der zu brems stufe 1 kommen wir schon gut zum halten so hier braucht es nicht viel dass wir am bremshebel ziehen und zum stehen zu kommen so auch da wieder stichwort fahrgastkomfort oma hinten drin hier fällt ihnen nicht um knapp drüber 15 sekunden einsteigen bitte wie sehen wir eigentlich hinten aus passt hier alles man kontrollblick passt alles heigenbrücken heigenbrücken das steht in vorn dran steht von auch heigenbrücken dran schön vergessen heigenbrücken jo steht auch vorne dran ok läuft hier mal schnell rausflüschern wie der vollprofi der jacko hat alles im blick links verriegeln zurückbleiben bitte und dann schnell wieder kopf rein ding hoch ah ja ja ich bin zu langsam bin gesetzt bremse raus wahlheber oder geschwindigkeitswähler null so so richtig bin ich noch nicht warm mit dem geräten also schon passen wir fahren mal an zugbegegnung ja servus nächster halt heigenbrücken in 6,1 kilometer dann war es das auch schon ok ja schnelle nummer aber mehr zeit bleibt mir auch schon wieder gar nicht freunde wenn ich auf eine uhr gucke man zeit ist so mangelware also ich ja ich würde so gern mehr trainwurzel zocken das ist natürlich auch was wirklich nebensächliches gell aber das macht halt einfach laune hätte ich schon bock drauf aber es klappt halt nicht ich sage sie das mal es fällt mir auch immer schwerer eure kommis zu beantworten auch wenn es noch gar nicht zwingend so viel mehr werden aber ja es ist halt einfach schade schade schokolade mit der zeit so eine sache mühe live halt immer viel business tatsächlich mein berufsleben die family ums ohr ums ohr um kopf um einen herum die kids die frau zu recht ich liebe alle aber ach schade man kommt da nicht zum zocken ja transport fifa 2 würde ich natürlich auch viel mehr gerne ausreizen wollen aber es klappt halt einfach nicht und dann ist es so wie es ist wo was ist das hier über führungsfahrt schön schön naja doch noch ein bisschen was los finde ich war sehr wichtig für den unterhaltungswert dass hier ein bisschen zugbegegnungen zu stattfinden so 4,5 kilometer ja schreibt sie immer gerne in die kommentare wie ihr das eigentlich seht dlc mainz koblenz mit der 103 und der 110 euer statement euer feedback eure bewertung dazu von mir aus gerne auch mal in bewertung zu dem alten dlc ist ja mittlerweile alten dlc bremen oldenburg mit der 110 und karlsruher kopf wie jedes im verhältnis seht wird mich durchaus interessieren ja und schreibt auch gern paar infos noch mal rein richtung nidertalbahn 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 der bauer der 628 ob jeder mehr infos habt würde mich natürlich auch interessieren so wenn ihr bock habt könnt ihr auch mal reinschreiben was eigentlich für wünsche habt was wir sonst mal noch so im train sind wollte einfach abfahren natürlich die neuen dinge immer klar ich hole mir nicht alles also bewusst habe ich mich gegen bremen oldenburg entsprechend entschieden aber wir müssen runter geld so des hammer da werde ich mal komplett nervös aber voll des hammer muss ich noch was beachten oder bin ich falsch was denn hier los befragung nicht möglich ganz klar schon allein so ein rotes signal und ich bin komplett überlastet komplett überfordert das ist so krank also ich bin auch noch so mörder weit weg von halbwegs kompetenten gameplay hier in train of the world 3 aber wir wollen mal bleiben sie unter 60 bin ich aber ich habe wieder bremskurve gell hier und eigentlich unter 25 genau so jetzt passt es wir wollen mal einfach ran ich weiß gar nicht was zum guten ton gehört vor seinem signal stringent ranfahren anhalten stehen stop ende aus warten bis weiter geht oder wollen wir so ein bisschen vor uns hin so jetzt geht es los und die rollen sogar rückwärts ist auch wieder klar das kann doch nur mir passieren die fahrgäste sind erst mal jetzt gibt mal schubrakete man bleiben sie unter 24 trotzdem kann ich mich da nicht irgendwie befreien oder so freunde der sonne was haben habe ich doch oder so 45 check volle konzentration für nix wo bin ich überhaupt nicht im small talk stehen geblieben keine ahnung ach so ihr könnt kommentieren geld das würde mich interessieren hinsichtlich eurer feedbacks ach jetzt und wie gesagt wenn ihr bock habt schreibt gerne in die kommentare was ihr euch wünscht bin was ich fahre ich habe bei weitem nicht alle die jetzt hier ist aber mittlerweile schon stolz viele freue ich mich richtig ich habe früher mal geschaut bei den ganzen anderen wie sie alle heißen auf youtube die hat immer schön katalog eine coole auswahl möglichkeiten in game und mittlerweile in trains im world habe ich das auch schon finde ich richtig nice luxus finde ich schon cool feier ich freue ich mich wenn ich auch zu wenig fahr aber von daher hat es gerne mal rein auf was ihr bock habt welche strecke welches rollmaterial und wenn ich es denn ermöglichen kann ermöglicht es gerne auch schickt beste grüße an euch raus und wir fahren es einfach mal ab train sind wir mal schnell runterfahren auch ein kleines video für mich selbst und für euch auf youtube ist immer noch schneller auch gemacht als transport fieber 2 das bedarf immer mehr zeit im let's play im gameplay wie denn auch im video cut so befreien möglich auf geht's heigenbrücken 1,5 kilometer im fahrplan sind wir noch drin aber nur noch knapp na toll den haben wir jetzt gerissen und wir fahren hier rüber gleiswechsel ist klar hast du und wieder langsamer langsamer freunde man ich habe es einfach nicht ich habe es nicht auf dem schiff also immerhin kommen wir noch um eine zwangse grad rum noch keine bisher wobei man soll den tag nicht vor dem abend loben wir sind noch nicht zu hause beziehungsweise am enthaltepunkt aber ich bin ja mal guter dinge nur wenn wir so eine krasse geschwindigkeitsübertretung haben über den erlaubten geschwindigkeiten wird es nicht auch irgendwie zu einer meldung gebracht zu einer warnmeldung mindestens befreien nicht möglich oder zu sonst irgendwas anderes ich kann noch nicht so einen groben fehler schnitzer machen wie sie jetzt gerade gemacht haben ohne konsequenzen im eisenbahnverkehr hinsichtlich der zug sich umstechnik oder doch also irgendwie komisch auch das wenn ihr was habt schreibt gerne in die kommis würde mich interessieren so hier so und so wachsam und dann müssen wir sicherlich weiter runter glaube ich mir noch zu schnell sie ver den noch mal anlegen kurz sonst kommen wir ganz zum stehen aber so passt es heigenbrücken wir sind da leichte verspätung anderthalb minuten ein bisschen mehr zwei minuten werden es naja könnte schlimmer sein aber könnte auch besser sein so haltepunkt nice gute fahrt gewesen trotzdem wenn noch zwei grobe schnitzer patzer die aber nicht zu einer zwangse geführt haben maximal zu verlust des fahrgastkomforts türen links entriegeln oder beide wir machen mal beide ich weiß es hier nicht besser hier check hier check nach gut wie dem auch sei freunde wir sind auf jeden fall angekommen und ich glaube hier ist ende oder viel länger soll es nicht sein vielen dank fürs reinschalten wenn noch nicht geschehen lasst unbedingt und sehr gerne ein abo da ebenfalls freue ich mich natürlich über eure likes und kommentare ich hoffe ihr seid gesund bleibt gesund dann bis zum nächsten video macht's gut ciao ciao baba der checko servus bis zum nächsten mal bis zum nächsten mal